ja hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen info video von mir ich habe dieses video jetzt gerade gestartet weil es aus aktuellem anlass eine entscheidung bei mir auf dem kanal zu verkünden gibt ja viele von euch haben es sicherlich schon in den nachrichten mitbekommen dass russland in die ukraine einmarschiert ist und einen krieg dort bekommen hat ich finde diese aktion tatsächlich nicht hinnehmbar und absolut grauenhaft und daher liebe freunde finde ich dass jeder einzelne von uns jeder einzelne von uns kann solidarität zur ukraine zeigen und das möchte ich jetzt tatsächlich mit dieser aktion tun da ich denke dass es momentan die moralisch nicht angebracht ist ein kriegsspiel zu zeigen auf meinem kanal und die und öffentlich zur schau zu stellen habe ich mich entschlossen das projekt empire für unbestimmte zeit zu pausieren ja ich weiß dass viele von euch gespannt auf den weiteren fortschritt des projekts sind allerdings sehe ich im moment leider keine andere möglichkeit um meine solidarität und mein beileid aller betroffenen familien und hinterbliebenen durch meine aktion auszudrücken ich hoffe dass dieser krieg dort bald enden wird und das projekt wird fortgesetzt sobald es für mich moralisch wieder vertretbar ist ich finde es momentan wie gesagt unverantwortlich ein kriegsspiel zu zeigen genau freunde bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne zeit eine friedliche zeit und hoffe dass ihr meine aktion versteht und dass ihr mich bei meinen anderen projekten dennoch begleiten wird bis dann liebe größe euer sebi